was geht mein Freund in der Höhe der Falle Lusat willkommen zum Nicht-Final-Part weil ich weiß nicht wie viel wir schaffen ob wir wie viel wir schaffen müssen er hat der Post und wahrscheinlich extra-part ja also und werfen ist es mal nur scheinbar wahrscheinlich gibt er noch mal ein extra-part für den das Boni-Zeug wahrscheinlich der Kummer bis zu dem Blöden um die Knopf zu drücken die Züge auch Köln und man besitzt Papa aber ab aber es ist so ganz schön bis jetzt so ist so viel der einrichtung Lern wir haben wollen wir wollen wir wollen neben dem Rhein war doch die eine Sendung da die er wurde der mit rater die geste ausgelacht da ist ein stammteile schenke sauber sauber was kann uns eigentlich alles an und irgendwie als von gar nicht getroffen also das ist ein loser das ist einfach was ist wie ich könnte hier sterben ist doch voll einfaches levy die feier ist der einzige der jünger jünger ihr braucht den baufeil mit dem baufeil mit dem baufeil liebens lieben machen die muss aber immer noch ein auftritt haben hier wahrscheinlich wird das auf jeden fall weil das ist beim fehlen wenn feierländen umstehenden kopf so richtig umstehende macht ihn zu spiel vor dem was in so wollen die kohle mit der leute ich habe eigentlich gern im spiel ich mach davon wahrscheinlich ein Speed One so in einer nicht mal eine Stunde bin ich dann durch und so sammle ich da alles in diesem Speed One noch wie Bürgermeister der hat wie Escapists in eine Stunde durchgespielt alles du wusstest alles sofort was du Remco da ist was das ist so wie bei alles ist er von DkC geklaut genau DkC zu 3 und ne DkC 2 selbst von Mario gab's was von hier einer auch 40 Martin warst du denn achso Jocker benutzen Sondre das ist das ist eigentlich echt einfach das ist nicht schwer die Schaffigkeit wurde aber ich richtig gut benutzt eigentlich hier Loll das hey das musste du hast du scheinbar nicht dagegen nee da runter auf das ist ja auch gut das ist ja 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 die Prozesse letzten Jahrzehren zu tun in den ich mag sie eigentlich gar nicht ich bin mitkommen ich habe hier ist nicht warum doch dass ich über die idee so aufregen kann man muss rechts lang ist er was ist es dann er kann auch immer kann ich benutzen ein da ich habe er hat ihr müsst wissen ja manel doch mal ein Lp zu DDD ist was es nicht gemacht es funktioniert gar nicht wo der ist nichts da muss was sein wieso sollen da sonst Sterne sein einfach so was aber auch dann vorbei gehen und sehen ja auch da was ist fliegt 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 oh ihr Huren Söhne alter ich sag dir da ist echt was man feier verpiss dich jetzt versuch du das mal man macht das mal versuch du das mal du hast du kannst ja sterben dann kommt das hier nicht und so nach oben das ist auch warm Mann, wieso fliegt der Typ? Mann, ich hasse dieses Level so asozial, Mann. Das ist komplett dumm. Wach auf Köln, schon hab nicht. Mann, das Level ist scheiße. Ist so, Alter, toll. Wie scheiße ist das, Mann? Schreib mal Hashtag... Ja, Feier hat unsere Leben verbraucht. Ja, okay, dann schluss. Hahaha. Wir brauchen die Leben jetzt, ohne Scheiß. Dieses Level braucht man die wirklich. Feier, du kannst Rämentos dabei sein. Haha, Feier ist von Rämentos dabei. Das ist das erste Mal dann wieder mein Schuhpferd. Haha, Feier ist von Rämentos dabei. Du bumpst ihn so richtig. Guck mal, der ist schon wieder gleich. Guck mal, der ist schon wieder gleich. Mann, Rämentos. Ich lasse den Ränen sterben. Guck mal, ich hab nicht mein Leben verloren. Guck mal, wie süß der aussieht, ey. Junge, das ist echt geschenkt. Sag ich doch nicht. Oh, die, 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 der war fast so aus. Ganz schnell, wie du es gesagt hast. Oh, die, die, die. Oh, ne, die, die, die. Das sieht doch so aus, als würde er etwas brauchen. Der hieß doch anders, ne, König, die Idee eigentlich, ja. Nein, da ist so. Ach so, König, nix, 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 nix. Nix, nix. Nix, nix. Ja, ja. Wenn du mich alles einholt, schmuckst. Oh, die jede'resore. So, jetzt. Daran guck, du fahr'n saust, die unser Leben. Du fahr'n saust der unser Leben. Was los wirst du dir? Ich fahr'n saust der Leben. Buss. Ich fahr'n saust der Leben. So, ich saust der Leben. So, ich schaue auf mein weiteres Bier, ich trinke kein Bier, es ist Kohler, Weizen. Hey, Remco, nein. Alles gemacht. Warte, den brauchen wir. Fuck. Hol den. Das ist einfach. First try. Get's first try, Jungs. Vergnügt. Na, das ist einfach nicht los. Ah, Remco, was schubst du immer? Schubst du. Schubst du. Schubst du. Einfach nur eins. Oh, der Master, I am the one. Nicht witzig. Hast du dein Morde doch gedauert. Du bist ein Loser. Haha, Knie weg, du glaubst. Halt, ich bin schon wieder kurz zum Sterben. Ah, Loser. Ohne mich kriegen dir nichts gewappt, zieht du das? Ohne mehr Scheibe. Ohne, das macht doch Sinn. Warte, 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 warte. Die brauchst du doch nicht, oder? Natürlich, wir können alle schauen. Ohne mich, egal. Ich kann sie auch hier beben. Nee. Wir haben sowieso ne Chance nur. Wir haben nur Low-AP. Guck mal. Die ist, äh, wir brauchen kaum. Ohne, ich komme jetzt gleich zum Checkpoint. Weil ich will ja auch einen haben. Fuck. Essen, essen, essen. Oh, fuck. So schnell gehen. Point. Egal, Jungs. Ah, warte, 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 ich will die Elektrofähigkeit haben. Die ist geil. Nö, ich liebe die. Was? Komm, Stücke. Ich stehe ausgeschoben. Warte, 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 warte. Ich kann damit eigentlich auch leuchten. Ja, guck mal, ich kann sogar leuchten. Ich will wahrscheinlich eh die Heizkirche, wenn man die von mir bekommt. Nimm du die Kerze noch mit. Loserwiss. Du wirst so richtig an die Hände nicht sein. Ah, Loser. Ich bekomme so viel billig die. Komm. Du hast deine Kerze ausgemacht. Das ist ein Loser. Du hab ich nicht mal bei Elektrofähigkeit. hier ist locker irgendwo was versteckt guck mal feuerfähigkeit immer gebraucht wo war ich hier feuer da der der Mann! Feier, du kennst dich doch gar nicht aus mit Köbeln. Im Feuerwasser kannst du nichts mehr. Das sind keine Feuer, Leute. Äh, was soll denn, weil ich Feuer bekomme? Ja, ich bin weg. Durch das Feuer. Der ist doch durchgeknallt. Feier, du kennst dich. Feier, du kennst dich. Feier, du kennst dich. Sag mal mir Feier, du kennst dich. Warte mal, ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Ne, mit Kerze. Meine ich ja. Du kannst dir die aber bestimmt wieder anmachen lassen. Hä? Ah, das ist ja richtig schlau. Ich hab ne Idee, wie das geht, Jungs. Das wäre eigentlich einfacher, wenn wir es mit der Feuerfähigkeit machen. Aber das, wir haben die ja nicht. So, ich glaube, ich weiß, wie es geht. Wir müssen hier, ich muss hier oben sein. Wir müssen die Gegner töten. Das ist ja richtig gut gemacht, eigentlich. Ich seh, jetzt muss ich hier warten. Ich muss das halt ganz oben lassen, weil ich darf nicht unter Wasser gehen mit der Kerze. Und es geht hier aus. Macht der Sinn. Was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Was ist denn das für ein Beschiss? Was ist denn das hier für ein Beschiss? Ja, haben wir uns Mühe gegeben. Dafür sind wir sogar draufgegangen. Gibt's nix. Guck mal. LOL. Fuck! Was? Guck mal, die Kerze war nicht mal ganz. Okay, wir müssen schnell gehen. Ich wette mit dir, irgendwo ist hier was. Wieso wette ich mit dir, dass da irgendwo was ist? Was wir schnell erreichen müssen. Ich bin total verwirrend. Ich habe jetzt irgendwie eine Felschle hier drauf, oder? Hä? Nimm du den Hammer mit. Genau. Hä? Ja, okay. Es kann sein, dass es ein Ultra-Boss ist. Und dann sind die letzten zwei noch hier. Ja, sauber. Ohne mich seid ihr auch eh aufgeschmissen. Ja, wir haben alles los. Ohne mich seid ihr auch aufgeschmissen. Ohne mich seid ihr gar nichts. Ohne mich. Guck mal, ich also den. Okay, da will man eine Fähigkeit haben. Selbst dieser Funky Kong, Alter. Das Funky Kong. Ich will die Fähigkeit schon haben. Ja, Giga-Hau machen. Natürlich kann der DDD locker. Es soll's da hin. Ah, fuck. Zwei Wege. Hä, die waren alle kaputt oder was? Das ist ein Böger. Komm her. Ich bin der Weg. Das ist einfach so. Das ist easy, Jungs. Vielleicht brauchst du was, wo du gucken musst, ob du einmal oder zweimal schütteln musst. Den haben wir alle so lange reingekommen. Ja, genau. Den haben wir nur einmal, den zweiten dann zweimal. Glaube ich. Ja, so kann ich nicht glauben. Einfach eine cool Idee. Der ist ja richtig cool, wusste ich jetzt nicht mehr. Wäre, glaube ich, nie darauf gekauft. Ich wusste gar nicht, dass man das mehrmals schütte, irgendwas passiert. Natürlich hätte ich gar nicht gecheckt. Wann muss man das bringen? Oh, ne einmal nicht. Noch einmal. Zwei mal. Zwei mal. Der ist doch durchgeknallt. Haben wir einmal größer machen oder zweimal? Dreimal. Ich müsste da nie mit mir oder eigentlich besser. Das ist doch nicht mehr. Bisschen rein. Das ist doch. Mega, der ist doch nicht. Ich lebe schon raus. Zwei mal. Der ist doch auf dem Mega-Kristall kaputt. Kristall-Kar! Hey! So, wer holt's draufholt? Ja, die anderen erst haben wir genau vielleicht. Ich hätte schon noch Kristallika. Das war jetzt doch der Super-Troll. Ich weiß nicht. Weiß nicht. Ah, Winnie, Winnie, ah, die Tachita. Das ist doch so eine magische Röwe, wenn du runter kannst. Mario, G.R.S. Gibt's nicht jemand so Dimensionskuss? Endlich und jetzt wird's richtig asozial. Oh, brauchst du den? Jetzt wird's richtig asozial. Ja, vor allem bei dem hier. Da brauchen wir auf jeden Fall. Wenn wir jemanden hier brauchen, dann ist... Nee, nicht da. Nee, okay. Komm, wir quatschen ein bisschen. Wie geht's, Freunde? Ich glaub, das ist ja auch kaputt die richtige Gesichtsgrätsche ist. Wie geht's close? Ja, ich glaub, ihm geht's gut. Hashtag no hate. Ja, ich glaub ich glaub, er ist gut. Hast du in den Getocpte? Du bist in den Getocpte, weißt du nicht? Ja, das ist doch durchgeknallt. Der ist doch durchgeknallt. Der ist doch durchgeknallt. Nein. Oh, lol. Cool gemacht. Cool gemacht. Ja, für dich selbst, da ist das cool gemacht. Oh, für dich blieb. Ach, das ist doch einfach wo. Feiert alles. Feier, feier, alles. Alles. Alles real. Alles real. Alles real. Ihr müsst ja nicht verstehen, Leute. Ja, aber nur alles, Nick. Das könnt ihr bestimmt noch rausarbeiten. Alles, Nick. Los, 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 los. Los, 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 los. Los, 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 los. Los, 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 los. Los, 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 los. Das ist aber die Safe Zone, oder? Hä? Hä, was denn das für eine asoziale Kacke? Ohne Scheiß, du bist doch kein Mensch. Junge. Mach' ich auch nix von mir. Ich schmeiß die Faktor, die Faktor, die Faktor. Ich schmeiß 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 die Faktor. Es schmeiß die Faktor. Ich schmeiß die Faktor. Das mache das. Dann mach mal Kürze, Kasse und so. und das war ja auch das ist aber fein und er ist er in den Partner da ist noch zu 18 Minuten Und, ne, in 5 Sekunden sind es 9 Sekunden. Ey, da haben wir doch 2, ne, ne, haben wir, jetzt haben wir, das ist 1, oder? Das ist 1, oder? Das ist 1, oder? Oh, jetzt wissen wir hier eigentlich, haha, Rundo. Doch, Mario. Nehmt ihr mich? Nicht, nicht, nicht. Wir haben heute ... Wir halten, die Liga, mit Vanille und Milchgetrunken. Wir haben ja auch was, wo man so was macht. Das ist alles ok. Wir wissen ja, wann wir jetzt kommen, das glaube ich, da. Ja, genau, genau. Es war auch schön. Was machst du da? Oh, jetzt ist es, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ja, und es ist auch so eine assoziale Stelle. Ja, komm, ja, nur eine Wahl nötig im Schlaf. Ja, und noch kann auch viel von hier viel auswählen. Das nehme ich jetzt. Ok. Dann gehen wir jetzt in den Kampf. Ey, der ist zum Tag. Kei. Nein, wir können jetzt machen, die schlafen jetzt erst in den nächsten Tag. Denken Sie, dass das jetzt so feier ist dein Auftritt. Das ist mein Haus, das ist immer feier ist der Auftritt. Ja, das ist ein richtiger Basta. Ja, das ist ein richtiger Basta. Das ist ein richtiger Basta. Was ist denn eigentlich für das Geld? Bewegt mich nicht, wenn ich mich nicht bewegen? Ja, kein Problem mehr. Eine sollte man nicht nur mit Laufmusik, aber Feier macht ziemlich. Ja, das ist doch noch gut. Guck mal, der hat schon über die Hände geschwäßt. Ich weiß nicht, der hat schon über die Hände geschwäßt. da kann ich nicht bei uns haben nun was soll ich was sind sagen doch hat man nicht zu das war doch so aber auch bei die drinnen ein bisschen mehr als die abg-maker spiel für muss gibt es noch weiter noch nicht stürzt die Städte so können wir haben zu einmal in deinem Leben hier bei der Let's Place mal richtig drückst willst du die Probe erhältlich oder kann man gut getrennt dann grüßt super gemacht endlich ist es nur nicht gecheckt dass es so weit runter geht um das sind auch noch vom Parken Standort es gibt wir machen jetzt brauchen machen weiter im nächsten Tag dann wahrscheinlich schon der Endboss wirklich gefahrt ja mal guck mal ist los dann 22 das macht auf jeden fall keinen sinn eigentlich hier weiter zu machen